Moin Leute, da sind wir wieder bei Barrel Beast, heute mit was ganz Besonderem, ihr seht es auf dem Tisch, wir haben was ganz Besonderes dabei. Ein Flashing ist weg. Port, Charlotte. Aber gut, dann ist es so. Ne, warte doch, ich dreh jetzt erstmal. Hier. Geil, ich dreh jetzt aber erstmal. Oh Gott. Schlechter Part von mir, ist doch schlecht. Ehrliches Feedback. Von Bruchladdich aus Isla oder von Isla. Direkt importiert. Sofort. Le Porte. Im Glas. Port Charlotte, 10 Jahre. Genau. 50%. 50% Volumen. Und Fässer haben wir auch mal rausgekramt. Es ist First und Second für amerikanische Eichenfässer und zusätzlich. Weinfässer. Französische Weinfässer, ja. Very geil. Gut, Port Charlotte, ein paar Fakten, die man auch sofort rausriecht, nicht kühl gefiltert und was sagst du zum Farbstoff? Ist nicht gefärbt. Ist nicht gefärbt, ne? Ne. Das riecht man auch einfach. Ja, ansonsten. 40 ppm. 40 ppm so die Ecke, genau. Heavy Repeated. Gut, so sagt man. Danach kommt nur noch Oktomor. Ja, von denen. Von denen, genau. Und darunter kommt nur Puchladi. Das sind die drei Whisky-Arten, in die sich die Welt teilt. Also, wo seht ihr euch, ja? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr euch eher bei Fraktion Port Charlotte. Oktomor. Und das dritte will ich jetzt nicht aussprechen. Ansiedel. Extra rück. Ansonsten natürlich ganz klassisch, nur Gerste, ne? Nichts aufregend. Schottische Gerste zum Teil, aber das haben sie dann eher für die 100% Barländer, ihren eigenen Gedöns. Ja. Genau. Und insofern. Das ist das, was ich brauche. Also, klar, Rauch, ne? Aber relativ kräuterig. Ja. 50% Alkohol wieder sehr gut eingebunden. Super gut. Ja. Wobei, ich muss sagen, bei Port Charlotte finde ich es immer am schärfsten. Ja, ja, ja. Also, bruchladdig, okay. Gut, smooth, ne? Erspann. Aber immer so eine Sprittigkeit dabei, ne? Ja. Ja? Ja. Octomore, klar, okay. Aber Port Charlotte finde ich immer relativ sprittig. Ja, ja, ja. Also, ich weiß noch mal. Scharf einfach. Eins meiner ersten Highlights waren Port Charlotte. CC01? Was war? Ja, der CC01, das war ein geiles Ding. Kann mich auch dran erinnern. Habe ich noch zu Hause wieder mir ein Fläschchen besorgt. Eine Flasche, äh, fast aus der Cognac-Region. Schon völlig Hacke. Ja. Wenn du nur daran denkst, ne? So. Ne, feine Sache. Aber viel in Richtung Wein rieche ich nicht, muss ich sagen. Also, er hat einen schönen... Ich würde schon sagen, so ein bisschen Rotwein-Fass ist dran. Aber es ist nicht viel, aber so eine gewisse Erde oder metallisch, irgendwelche Metallaromen. Ja, da verbinde ich einfach was anderes mit Wein, ne? Also, so ein bisschen Bitterkeit und vor allem Süße, ne? Ich finde, Süße ist hier echt verhalten. Da wunderschön. Da wundert es mich einfach, dass der so eine Frische hat. So eine, ja, weiß ich nicht, wie so... Das ist wie so ein gewisser Käse, cremiger Käse, der so ein bisschen salzig auch ist. Es gibt von, also ganz so salzig ist es nicht, aber so ein paar Aromata davon. Jetzt machen wir euch da mal so hier Marken-Bashing, aber von Old Amsterdam. Da gibt es ja klar diesen, ich sag mal... Old Amsterdam. Old Amsterdam. Aber es gibt auch einen Streichaufstrich von dem. Da hat er was von. Schöne Sache. Ja, würzig. Ein bisschen Sellerie. Aber ich habe zum Beispiel bei würzig, ich habe wenig bis gar nichts aktuell so im Pfeffearom, wenn ganz, ganz, ganz verhalten. Ey, ich habe halt wirklich diese fast mentholartigen Kräuter. Also ich finde ihn fast zu frisch in der Nase. Ich habe ihn jetzt, ja, ja, jetzt wo du es sagst. Ich habe gerade mal ein bisschen nochmal hier geschwenkt. Ja, kommt das durch, ne? Ja, geil. Ich will ihn mal tasten. Komm. Das Lanschel. Das Lanschel war. Mhm. Ist schon ein bisschen am Stechen auf der Zunge, finde ich. Auch beim Abgang merke ich, der hinterlässt schon so ein bisschen Nadeln auf der Zunge. Am Geschmack ist der Alkohol aber gut eingebunden. Das Mundgefühl ist aber nicht so angenehm, finde ich. Der prickelt auf der Zunge. Mhm. Das wie, ich bin ja jetzt kein Experte, aber wenn... Champagner. Seeteufel. Äh, ist das nicht Seeteufel? Mit dem Kugelfisch. Mit dem Kugelfisch, meine ich. Ja. Wo du ja dann auch durchaus irgendwie so Taubheitsgefühle auf der Zunge haben sitzt. Und man sagt ja auch, der Potschale ist der Kugelfisch der Whisky-Seder. So kennt man. Falsch dosiert ist der Töte. Ich bin da 5 Liter drin. Nicht richtig zubereitet, auch tödlich. Kannst du vom Blind werden? Das sind viele Parallelen, ja. So. Der Kugelfisch unter den Whiskys. Potschale 10. Wer hätte das gedacht? Ja, aber... Also der Abgang. Geil. Schön langanhalten. Warm, rauchig. Ich finde, jetzt kommt auch mehr die Süße durch. Schwingt so als Grundton mit. Hier finde ich auch eine leichte Bitterkeit. Also wenn man hier sagt, Wein-Finish oder Wein-Fassanteil dabei, überrascht mich nicht. In der Nase niemals wäre ich nie draufgekommen. Ich habe jetzt noch einen zweiten Schluck gerade getrunken. Ich muss sagen, voll in die Kerbe Potschalet. Es ist also Überraschung. Aber das ist er halt einfach. Das habe ich da auch irgendwie erwartet. Ich will nicht klein nicht sein oder so, aber nur vom Wording her. Ich würde sagen, das ist torfig, weil du rauchig gesagt hast. Das ist so... Ja, stimmt. Mehr so erdig irgendwie. Nicht so dieses Kohle-Ila-Kohle-mäßige. Das ist so, als finde ich... Also so stellt man sich es immer vor, als wenn ich auf so einen Toffbatzen da beiße. Trotzdem hat er so eine gewisse Unbeschwertheit. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Also wirklich sehr erdig. Also Hut ab. Aber der zweite Schluck oder der dritte, deutlich geiler als der erste. Wenn du dich so ein bisschen an diese Schärfe, dieses Mundgefühl einmal gewöhnt hast... Stimmt, der prickelt gar nicht mehr auf der Zunge. Ist viel angenehmer. Aber der erste Antritt, puh. Damit kannst du auch Leute verschrecken, glaube ich. Er hat auf jeden Fall sehr angenehme Torfigkeit. So relativ, wirklich mittellang auf jeden Fall. Es wird auch warm im Hals. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie, glaube ich, dass du eine harte Zigarre daneben stellen musst, damit du da irgendwie dem her wirst. Obwohl er ja heavily peated ist mit 40 PPM. Also ich glaube schon, dass du den Abend über was hast von dem Torf. Aber jetzt so fürs Trinken, muss ich sagen, ist das jetzt nicht komplett dominant im Whisky. Das ist gut eingebunden. Klar ist er torfig. Aber das ist nicht alles in dem Whisky hier. Er hat auch eine gewisse Würzigkeit. Aber es ist einfach, also ich kann es nur sagen, ich weiß ja nicht, was ihr alle schon so getrunken habt. Aber wer einen Pottschalet kennt, der kennt den auch wieder. Das ist so ganz klassischer Pottschalet. Wir hatten schon mal den 16-Jährigen hier im Video. Fish Eel war das. Und ich glaube, der war auch, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber der war, glaube ich, schon etwas fast geprägter. War aber auch sehr gut. Aber du schmeckst das raus. Das ist irgendwie wie bei Bruchladdi. Die haben so einen nicht sprittigen Charakter. Das stimmt nicht. Aber es ist jetzt auch, also diese, dieser New Make, der ist auch speziell. Den hatten wir ja auch schon. Und wenn man den einmal getrunken hat, dann schwingt das überall irgendwie so mit. Ganz komisch. Das ist kein Obstbrand, so wie bei vielen. Also wenig so Obstlichkeit, sondern mehr so eine Sprittigkeit. Und dieser erste Antritt, der ist bei denen wirklich so markant, bei den Port Charlottes, finde ich. Dass da halt, also ich wüsste nicht, wo du das sonst hast. Rein von PPM her gibt es ein paar auf Eiler, die bewegen sich in ähnlichen Regionen. Aber bei dem Whisky sehe ich mich einfach wirklich auf dem Torffeld, wie ich da diese Torfbeine wegsteche. und dazu, keine Ahnung, so ein schönes Stück Käse irgendwie esse. Das ist so, so sehe ich mich da gerade. Schöne frische Brise. Vielleicht sogar ein etwas kälterer Tag, weil es macht schon sehr warm, der Whisky mit seinen 50%. Schöne Sache. Kann man gut trinken. Als Vergleich, wenn du einen Monja dagegen hältst, nimmst du 4 ppm, rauchiger, weniger Erde, mehr Salz. Also so kann man sich durch Eiler so ein bisschen durchorientieren. Aber klar, ist keine exakte Wissenschaft. Also gerade beim Torf und bei den PPM ist sehr viel subjektiv dabei und natürlich auch Alter, der das Ganze dann beeinflusst. Fast sowieso. Aber auch mit den Jahren verschwindet der Torf ein bisschen. Ganz ehrlich, wir hatten letztens mal irgendwann einen 25-jährigen Erfolg. Das war noch älter. war nicht mehr viel los mit Torf. Ist leider so. Aber das hier, eine schöne kleine Torfbombe. Absolut. Finde ich geil. Schmeckt. Hatten wir schon was zum Preis gesagt? 58 Tacken. Was hättest du denn bezahlt? Du, ganz ehrlich, es steht nur eine 10 drauf. Aber das ist für mich kein Kriterium für einen Preis. Ja. Und ich finde den Preis angemessen, muss ich sagen. Ich auch. Ich bin natürlich auch wieder ein kleiner Trauffett. Deswegen, aber ich finde es okay. Ganz ehrlich. Der hat halt auch eine schöne Aromenpalette. Ist jetzt nicht super komplex, aber es ist einfach angenehm zu trinken. Hat einen guten Alkohol. Also ich finde, da kommen viele stimmige Komponenten zusammen. Ja, der bringt auch viel mit. Also es ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht nur ein Aroma, sondern da kann man sich auch ein bisschen drin verlieren, wenn man will. Muss man aber auch nicht. Ich finde, er bringt auch trotzdem gleichzeitig so eine Leichtigkeit mit, dass du einfach sagst, hier, wir schlürfen den mal weg. Aber nicht beim ersten Antritt. Ja. Also da muss man sich drauf gefasst haben. Kurz machen wir mit dem Ding. Ja. Also wirklich, ich brauche ein bisschen. Aber dann? Brauche ich denn deine Benotung noch? Ich gebe dir gute Noten. Ich würde mal sagen, im Geschmack finde ich ihn am besten. In der Nase gebe ich ihm 81 Punkte. Im Geschmack gebe ich ihm 83. Das ist wirklich gut. Abgang ist eigentlich auch gut langanhaltend. Nicht mehr ganz so komplex. Gehe ich mal runter auf eine 80. Aber rundum gelungen. Ja. Beim Preis dazu, dem kann man fast noch einen Punkt drauflegen, finde ich. Das deckt sich eigentlich ziemlich genau mit dem, was ich jetzt auch so mir gedacht hatte. Ja. Nase und Geschmack finde ich beides sehr gut. Ich gebe ihm da 83 in beiden Punkten. Und Abgang ist jetzt nicht super aufregend. Das ist aber auch nicht schlecht. 80 Punkte. Also er macht vieles richtig. Schwierig. Also das ist einfach in sich, steht er glaube ich für sich. Also der steht für einen Port Schale 10. Einfach erstmal so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, den musst du jetzt unbedingt im Schrank stehen haben. Das ist der beste Whisky ever. Das nicht. Aber ich glaube, den sollte man schon getrunken haben. Gerade wenn man einen Torf macht, dann gehört das schon, also das ist schon ein Pflichtprogramm irgendwo. Ich finde auch. Also wenn man so an Isla denkt, dann hast du halt deinen Arbeck 10, hast deinen Lafroi 10, vielleicht einen Lagavulin 16 noch und so. Die ganzen Standards. Ich finde, das hier ist ein weiterer, super eigener Standard. Finde ich, ist auch so ein Stützpfeiler von Isla, für mich zumindest. Hat halt nicht so diese Tradition, diese Heritage. Aber für mich genauso wertvoll. Ich finde halt, bei Buchladdi ist häufig so, je nach Fass und Alter, ich habe auch schon diverse gehabt, wo ich sage, nee, muss nicht sein. Und das ist einer, da verstehe ich, also das harmoniert einfach sehr gut mit dem New Make, den die haben. Ja. Insofern, der ist auf jeden Fall das Probieren wert. Insofern, der funktioniert. Ich sage mal, jetzt nicht auf Zwang eine Kaufempfehlung, man muss den jetzt auch nicht haben, aber man kann ihn auf jeden Fall bedenkenlos kaufen, meines Erachtens. Ja. Insofern, das wäre so da, Und beim Barrel Beast fehlt halt einfach ein bisschen noch was. Mehr Komplexität. Ja, Punkt. Mehr Komplexität eigentlich. Oder wir machen ihn noch günstiger. Das stimmt, das könnte auch helfen. Gut. In diesem Sinne, vergesst nicht zu abonnieren. Glocke war, glaube ich, wichtig. Wie ging das? Glocke. Ding, ding, ding. Und? Kommentar. Ich lasse die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.